Herzlich willkommen zum Video. Ich heiße Felix und in diesem Video wollte ich euch mal einen richtigen DGN Play vorstellen. Bevor wir allerdings zum Projekt kommen und euch das Ganze im Detail vorstelle, wollte ich mal generell fragen, ob ihr interessiert werdet an einer allgemeinen Telegram-Gruppe, in der ich die Projekte quasi immer direkt vorstelle, wenn ich sie ausfindig mache, damit ihr hier immer die Möglichkeit habt, direkt einzusteigen, sodass ihr nicht immer auf die Videos warten müsst, die immer erst eine Stunde bzw. ein bis zwei Stunden vor Projektstart launchen. Lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen, wenn ein paar daran interessiert ist, dann mache ich gerne mal eine Telegram-Gruppe auf. Ich bin eh viel auf Telegram unterwegs und wenn das Interesse bestehen würde, dann würde ich dementsprechend einen Telegram-Kanal für unsere Community erstellen. Dieser Telegram-Kanal wäre immer nur in meiner Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr joinet, dann immer nur über meine Videos, über die Videobeschreibung, keinen anderen Link hernehmen. Lasst euch bitte nicht scammen bei sowas. Schreibt mir eure Meinung unten rein und wenn sich 10, 20 Leute finden, dann werde ich das auf jeden Fall in Betracht ziehen. Dann wollen wir auch schon zum Projekt des heutigen Videos kommen und zwar heißt das Ganze Turd Burglar. Ja genau, es ist sozusagen der Toiletten-Einbrecher oder wenn man es ganz deutsch übersetzen möchte, der Scheißhaus-Einbrecher. Und zwar ist das ganze Projekt eine Art, ich will nicht sagen Meme-Projekt, aber es soll quasi den großen Anschwung an Minern, der derzeit auf den Markt kommt, so ein bisschen, ich will nicht sagen auf den Arm nehmen, aber ich denke, ihr wisst schon, was ich meine. Und zwar wird das ganze Projekt, beziehungsweise dieser Miner hier ins Leben gerufen von einem YouTuber namens Justin Pratt, der aktuell 4060 Abonnenten hat. Ich verfolge den Mann auch schon länger. Ihr seht jetzt nur nicht, dass ich hier die Videos angeguckt habe, weil ich das natürlich über meinen privaten Account mache. Auf jeden Fall hat er hier vor drei Stunden das Ganze in seinem Video veröffentlicht. Ich bin tatsächlich eben auch direkt eingestiegen, habe hier den Deezion Play gewagt, deswegen auch diese Worte in der Einleitung. Und ich wollte euch das Projekt jetzt einfach mal kurz vorstellen. Und zwar ist das Ganze einfach eine Blindkopie von Baked Beans. Heißt, es wurde exakt alles genau gleich übernommen. Wir haben hier nur andere Bezeichnungen der Button. Quasi dieser Flush B&B-Button ist der Button zum Einkaufen. Der Wipe-Button ist der Compound-Button und der Go-Button ist quasi zum Runterspülen, würde ich es mal nennen. So wurde das jetzt auf das Projekt bezogen. Aber ich fand es einfach eine lustige Idee und kann mir auch vorstellen, dass hier, sobald hier ein bisschen Traktion draufkommt, es sind bis jetzt zwei Videos draußen. Und zwar, wie gesagt, von dem YouTuber von Justin Pratt und von einem Kumpel von ihm. Und ansonsten weiß noch keiner von diesem Projekt, weil es eben Stealth gelauncht ist. Ich habe das auch nur durch das Video von ihm jetzt erfahren. Ich wusste, dass er so ein Projekt jetzt in Zukunft bringen will. Er wird auch noch ein ernstes Projekt bringen. Eins, das langfristig auf jeden Fall am Markt bleiben soll. Aber das ist jetzt quasi das erste, eine Blindkopie von Baked Beans. Und ja, soll das Ganze so ein bisschen auf den Arm nehmen. Wir haben, wie ihr hier unten seht, exakt die gleichen Stats wie bei Baked Beans. Das Ganze ist eben gestartet, wenn wir mal rüberhüpfen zum Contract. Und hier runterscrollen, dann seht ihr, die Seed Market Funktion wurde vor 10,5 Stunden ausgelöst. Und ab diesem Zeitpunkt hätte man hier investieren können. Aktuell haben wir jetzt eine Contract Balance von 32 BNB. Das ist ein Gegenwert von ca. 13.500 US-Dollar. Und dafür, dass hier keine Werbung oder Sonstiges gemacht wurde, ist das für die ersten, ja, ich will es immer sagen, drei Stunden, weil davor keiner davon wusste. Da er es ja erst in seinem Video veröffentlicht hat, beziehungsweise bekannt gegeben hat, ist das schon mal ein sehr solider Wert. Und ich bin gespannt, wo das Ganze hinführt, sobald es auf YouTube mal hier ein bisschen viral geht und man merkt, dass hier ein YouTuber dahinter steht. Dass das Ganze sicher ist, könnt ihr am DivChecker erkennen. Und zwar gibt es diese Seite divchecker.com. Ihr seht jetzt wahrscheinlich die Seite oben nicht. Ich werde es auf jeden Fall unten in der Beschreibung verlinken. Und wenn wir das Ganze mal durchschauen, dann ist hier links der Original Contract von Baked Beans und rechts ist quasi der von Turret Burglar. Und der einzige Unterschied, der hier gemacht wurde, ist quasi der Name umgenannt. Sonst, wie ihr hier seht, es gibt keine Unterschiede. Ich nutze die Seite immer ganz gerne, um einmal den Contract durchzuchecken, ob alles sicher ist. Und da der Baked Beans Contract geordited ist, braucht es das bei diesem nicht, weil hier keine Rugpulls oder irgendwas entstehen können. Heißt, das Projekt ist auf jeden Fall sicher. Und wenn wir jetzt nochmal zurück auf die Seite springen, dann seht ihr, wie gesagt, das Ganze ist sehr basic gehalten. Ich wollte euch noch kurz erklären, wie ihr investieren könnt, falls ihr Interesse habt. Ich weiß natürlich nicht, wo das Ganze hingeht, aber ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dadurch, dass hier ein YouTuber dahinter steht, das Ganze sicher ist, die Community solide ist, weil der gute Mann, wenn wir nochmal auf seinen YouTube-Channel gehen, einer derjenigen ist, der vor allem immer warnt, der kritisiert, der auch ein gewisses Wissen, was den Coding-Bereich angeht, so will ich es mal nennen, mitbringt, und eben immer kritisch diesen Projekten gegenübersteht und daher eine sehr solide Community hat, die weiß, wie diese Projekte funktionieren. Und wenn mal angenommen, hier nur jeder Fünfte, der bei ihm in der Community ist, in dieses Projekt einsteigt, nur bei ihm jetzt alleine, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass wir hier in den nächsten 24 Stunden die 100 BNB sehen, und sobald das Ganze auf YouTube viral geht, weiß ich nicht, wo das hinführt. Also Ziel ist, wir haben vorher Witze gemacht, ich bin relativ früh in die Telegram-Gruppe gejoint, direkt als ich in das Projekt eingestiegen bin, dass natürlich Baked Bean Study die Nummer 1 ist und wir mit diesem Projekt quasi die Nummer 2 werden wollen, wo das Ganze natürlich endet, keine Ahnung. Also ich bin hier mit einem Wert von 0,1 BNB eingestiegen, der Transparenz wegen, damit ihr Bescheid wisst, und habe dafür diese Menge an Turrets bekommen. Das ist natürlich an dieser Stelle keine Finanzberatung, ihr solltet immer euren eigenen Research machen, das Projekt ist im Grunde nicht ernst gemeint, aber gerade dann, das sind immer genau die Projekte, die dann auf einmal abheben, solche Projekte wie Dogecoin, wie Shiba Inu, wo jeder sagt, das ist nur Müll, das kann nicht funktionieren, und genau solche Projekte beweisen dann das Gegenteil, und vielleicht könnte dieses Projekt auch so eins werden. Ich werde euch den Link auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung packen, falls ihr Interesse habt. Wenn ihr mit der Community interagieren wollt, gibt es ja auch einen Telegram-Kanal, wo jetzt aktuell schon 51 Leute drin sind, und mehr gibt es zu diesem Projekt eigentlich auch nicht zu sagen. Wie gesagt, eine Blindkopie von Baked Beans, eigentlich als Spaßprojekt, aber wer weiß, wo das Ganze hinführt. Das soll es im Grunde auch schon zum Video gewesen sein. Bitte denkt dran, mir in die Kommentare zu schreiben, ob ihr an der eigenen Telegram-Gruppe interessiert werdet, dann schaue ich, dass ich die einrichte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen da, und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder.